Was ist passiert, Brody? Was ist passiert? Ich weiß nicht. Der Drill hat jemanden geführt. Vielleicht muss er aufs Klo. Ein Hörpoket oder eine Gasexplosion? Niemand weiß. Aber was auch immer es war, war groß. Der sitzt da auf einer Gasblase. Pass auf. Es ist Brody! Es ist Brody! Was geht mit dem da drinnen ab? Das wird gleich so ein Monster aus Resident Evil rausgekommen. Mach mal auf da. Da sind natürlich wieder Wege versperrt, Alter. Christ. Unter der Plattform. Unter der Plattform. Da hinten muss ich hin. Oh, shit. Da hinten ist kaputt, okay. Ah, der. Der ist auch kaputt. Ist das von der Explosion? Oder ist das einfach schon alles so marode? Ich mein... Dass da... Am falschen Ende gesparen wird... Hat sich ja schon bei einer Unterhaltung herausgestellt, ne? Huch, Papa. Huch, Papa. Toll. Oh, das macht schon weh. Wumsi. Oh, das macht schon weh. Da wollte ich jetzt lang gehen. Was ist das? Wundert sich da keiner drüber, dass da so ein Teil da ist? Macht das uns krank? Verwandelt uns das? Oh, hol den Schleier auf den Augen! Ja, wie gut, dass wir den Schraubenzieher haben! Oh nein! Ernsthaft, du verraschst mich noch! Jesus! Wie vor geht's? Rüber, 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 rüber! Uff, da doch! Rüber, rüber, rüber! Rüber, rüber, rüber! Verstehe ich nicht! Ah, was ist das für ein Teil? Bin ich neugierig? Ah, nicht schon wieder balancieren! Ernsthaft! Das wäre nicht das erste Mal heute! Okay, da darf ich nicht! Ah! Ernsthaft! Rüber, 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 rüber! Okay, ich muss auch noch auf R2 drücken! Ich habe L2 drückt! Aber ich habe jetzt zwei ausgelassen. Oh no. Das gehen wir mir Freude machen. Scheit, ja. Oh, jetzt schon zum dritten Mal. Komm, zieh dich hoch. Willst du mich verarschen? Willst du mich verarschen? Hängt ja schon los. Ah, unten schauen, unten schauen. Ich will rein. Berecht verlassen. Ja, zum Maschinendeck. Dankeschön. Wahrscheinlich ist da jetzt auch alles gucken. Nicht, oder? C-Säule. Richtig, die Taschenlampe. Gott, die ist umdrehen. Kann nicht beugen. Taschenlampe hätte ich gern. Nicht. Hm, kleines Problem. Vor dem du gewarnt wurdest. Wo bist du? Jesus Christ. Nein. Das ganze Teil fällt auseinander. Soll ich jetzt lang? Ah, die habe ich nicht gesehen. Ja, endlich! Eine Taschenlampe! Aber jetzt habe ich Angst. Denn das heißt, wir werden sie brauchen. Oh, jetzt habe ich Angst. Alter, ist das dunkel. Ist da alles unter Wasser? Oh, ja. Oh, ja. Sie sind hier. Hallo? Der berühlt? Oh, ja. Schächte. Oh, das ist noch mehr. Als ob das so leichtgängig gehen würde. Oh, ja, das ist noch mehr. Oh, ja. Die sind doch bestimmt verrostet. Alter. Die salzige Luft, ne? Die verrostet doch die ganze Scheiße. Oh, Jesus. Ich habe nur so einen Helm verloren. Werfen und... Muss ich jetzt dann Sneaky sein? Muss ich ablenken? Was ist das? Kas! Over hier! Jesus, Finlay! You all right? I don't know why you seen a ghost. Who's making that noise? Dibble. He's making that racket. Should we now find him, help him? No. We don't recommend that. What does that mean? It means he's not all right. After that explosion they got oil or some shite on him and just... I don't know. He freaked out. Went for me. He's still out there. You mean out here? As an out here with me? Aye. That's exactly what I mean. Oh, that's just fucking brilliant. You seen anyone else? I just got here. Where you going anyway? Back to accommodation. Listen, you'll have to get through the water tanks to get up to accommodation. And quietly... Go all the way up there? Jesus. And what about Gibble? Stay the fuck away from me, you're listening to me. It's no right cuz... I'm not arguing. Cars... Be fucking careful, eh? Aye. You know. Ah. Dann lass mich doch da rein! Da kann ich mich durchquetschen, man. Ich bin nicht so dick. Die fucking thing ist lockt. Ah! Da ist immer durchgekommen. Gib mir meinen Helm wieder. den brauche ich doch bestimmt oder wie ich kann nur einmal jetzt ernsthaft jetzt auf den rohr Ich hab's nicht gesehen! Ich sehe nur das Teil. Ich schwöre mein Helm! Nein! Da liegt noch einer. Okay. ARD Text im Auftrag von Funk